Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3 mit unserem 100-Statman-Bildung, mit dem guten Bildino. Und ich habe mich übrigens entschieden, wir spielen bis ins Jahr 1068, also quasi von, nee, warte mal, 1067, also quasi von 867 bis 1067, 200 Jahre. Das sollte auf alle Fälle reichen, wird dann auch nicht zu lange, weil sonst wird es dann irgendwann uninteressant. Und wir sind jetzt in der Zwischenzeit das Königreich von Italien und wir müssten sogar in der Lage sein eigentlich, dass wir sogar hergehen und einen Hexenzirkel gründen, was? Ähm, okay, plus 10% Fruchtbarkeit, mittlerer Gesundheitsbonus, Komplottwiderstand für feindselige Komplotte und, okay, und Komplottstärke für feindselige Komplotte, was? Wir brauchen, hu, äh, ähm, okay, warum klappt das eigentlich nicht? Hm, ähm, vier Mitglieder meines Hauses brauchen Hexe. Nur eine hat der, also zumindest hat die Eigenschaft Hexe, hat ein Hexengermis, das euch bekannt ist. Und ich habe, also nur eine erfüllt diese, okay, okay, verstehe. Ähm, Dynastie der Figenkron, meine Freunde, ist auch noch so eine Sache. Ein Großreich gründen, dafür brauchen wir drei Königreiche, okay. Königreich von Italien. Und Königreich von Ostfrankenreich haben wir schon. Jetzt brauchen wir noch eins. Und zwar, was nehmen wir denn da? Mein geliebter Papst. Wie schaut's aus? Äh, ich hätte gerne den Titel. Den von Königreich von Bayern. Und zwar Anspruch erbitten. Den Titel Königreich von Bayern. Wird nicht annehmen. Aber schade, warum denn nicht? Achso, ich bin bereits König, hm? Na ja, gut. Wenn ich mir den kaufe? Achso, geht, ah, Blödsinn. Ach, klar, ich muss ja erst bei Kaiser werden. Äh. Geistige Behinderung tut echt weh manchmal. Was ist denn da das Einfachste? Lothringen wahrscheinlich, oder? Kurz gucken. Äh, Bayern. Kann ich dir nicht einfach den Krieg erklären? Exkommunikationskrieg. Erobert Kraftschaft. Nee, das kannst du alles vergessen. Das sind alles so unentspannte Kriegsgründe. Warum gibt's hier keinen gescheiten Kriegsgrund? Niemandem vasalisieren. Auf jeden Fall, wenn wir Zahlungen verlangen. Immerher mit der Kohle. Immerher hier mit dem Zaster. Sonst geht die alle in den Knaster. Äh, den Titel übernehmen wir. Immerher damit, Dankeschön. Vielen Dank für die Titel, die mir schon eigentlich durchgehend gehört haben. Okay, wir sind Kaiser werden. Das ist das Huch. Erstmal hier schön gegen das Mikrofon bümmern. Ähm, Kaiser, Kaiser, Kaiser. Äh. Ja, Problem, ne? Ist gar nicht so einfach jetzt, wie man hier ordentlich weitermacht. Der ist im Krieg, ja hat einen anderen Glauben. Ich bräuchte ein Königreich noch. Aber was ist denn das Beste? Romagener. Vielleicht, dass wir einfach hier unten weitermachen. Ich denke, fast das hier unten wäre das... Können wir jetzt mal aufhören mit diesem Komplott. Ich weiß gar nicht, warum ich das mal gemacht habe. Das ist einfach aufgeflogen. Lass das einfach. Gar keinen Bock mehr drauf. Also was wir machen müssen, ist hier unten weitermachen. Und das machen wir jetzt ganz einfach, indem wir... uns die ganzen Titel kaufen. Herzogtum von Romagna. Das, was wir jetzt hier machen, ist, wir holen uns jetzt erstmal den Anspruch. Aber wir jetzt eh gerade auch noch Krieg führen. So, den kaufen wir uns mal. Und dann erklären wir natürlich den Krieg, unsere Ansprüche durchzusetzen. Das dürfte kein langer Krieg werden. Ich würde mich arg wundern. Hier alle ausheben. Ja, nicht Lokale haben. Ach, egal. So. Geht ihr einmal direkt bitte dorthin. Dann tun wir den Rest auch noch ausheben. Und wir haben den Krieg gegen irgendjemanden gewonnen. Hervorragend. Da habe ich natürlich tatkräftig unterstützt. Das ist immer ein Krieg mit dem Sultanat von Valencia. Das können Sie gerne probieren. Darum geht es mir eigentlich gar nicht. Ich möchte hier eigentlich einfach nur... Ich habe ja aufhören, mich alle in irgendwelche Kriege zu rufen. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Geht dann mal dorthin nebenbei. Ihr unterstützt die mal bitte nicht. Weil ich werde nachher noch mit denen im Krieg sein wahrscheinlich am Ende des Tages. Weil die ja quasi gerade meine Gebiete fordern. Na gut, die 4400 Mann haben leider keinerlei Belagerungsausrüstung. Okay, wir haben jetzt 52%. Die kommen mit ihrer Belagerung da überhaupt nicht weiter. Haben die die gerade abgebrochen? Ja, die die Belagerung abgebrochen, die Snacks. Ja, ja, ich rufe... Ich mache doch alle, was ihr wollt mir da hinkriegen. Mann, meine Güte. Vom Regen in die Traufe. Ihr haltet 40 Anspannung? Was? Ja, okay, alles klar. Schottland. Schauen wir mal, wie viele Kriege wir jetzt innerhalb von Sekunden haben. Komm, bist du in Großreich? Will dir wieder jeder an die Wäsche gefühlt. So. Jetzt kann ich leider nichts mehr besetzen. Und die wollen sich wahrscheinlich auch nicht verkrümmeln. Das heißt, es wird jetzt spannend, was hier gleich passiert. Schauen wir mal, sobald die das besetzt haben. Äh, was? Ich habe Beweise, dass ihr euch mit Dämonen eingelassen habt. Erhält ein starkes Druckmittel gegen euch? Nö. So, jetzt bin ich eine Hexe. Hervorragend. Kann ich jetzt dann wenigstens Hexenzirkel gründen? Nö, leider nicht. Schade. Naja, wir haben immer noch eine relativ hohe Frömmigkeit. Ich tue jetzt hier die Forderung mal durchsetzen. Jetzt habe ich alle Gebiete erhalten. Gut, warum nicht gleich so? König Titero Magna. Ah, das ist übrigens der Papst. Ich tue dann quasi dem Papst den Titel klar. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber wir werden es herausfinden. Das ist übrigens Bayern. Die Säcke, die sind auch überall, ne? So, wollt ihr mal ein Vasall werden? Wäre sogar möglich, rein theoretisch, tatsächlich. Wie wäre es mit einem Geschenk? Wie wäre es mit einer Beeinflussung? Wie wäre es mit... Ja, wobei, die werden... Ne, ich glaube, ich darf die annehmen, oder? Ne, ist sehr unwahrscheinlich, trotz allem. Ich denke, am Ende des Tages ist es für mich billiger, hier einfach den Anspruch zu kaufen. Und dann den hier den Krieg zu erklären. Das ist das Einfachste. Und ich kann natürlich meine Armeen jetzt aktuell nicht auflösen. Direkt hier unten mit dem Banner, weil wir nun aktuell mit der einen oder anderen Nationen hier aus unerklärlichen Gründen im Krieg sind. Ah, alle Ansprüche, dankeschön. Wird auch hier wahrscheinlich wieder eine kurze Sache. Also ich glaube nicht, dass das eine große Gefahr wird, sagen wir es mal so. So, dann schicken wir mal die erste Armee gleich mal dorthin. Die ersten Truppen sollen sich mal darum kümmern. Mit STRG-Rechts-Klick könnt ihr übrigens das Sammeln abbrechen und alle Truppen, die dort aktuell sich gesammelt haben, greifen dann quasi an. Das verstehe ich jetzt hingegen nicht so ganz. Das ist mein Gebiet. Achso, die haben mich angegriffen, die Hundle. Naja, die 500 Mann, die haben wir natürlich direkt gewiped. Da ist nochmal die restliche Armee. Die sammeln sich noch fünf Monate. Können sie gerne machen. Wir belagern in der Zwischenzeit mal die Hauptstadt. Und sobald wir dann das dritte Königreich haben, können wir quasi ein Kaiserreich gründen. Und dann können wir auch die anderen Königreiche unterwerfen. Und wir haben jetzt noch knapp 10,78, also noch 100 Jahre Zeit gefühlt. Und wir haben auch den Krieg direkt gewonnen. Hervorragend. Dankeschön, Dankeschön. War ein schöner kurzer Krieg, hat mir sehr gefallen. Gerne wieder. Byzanz ist halt leider auch hier, ne, die Ratten. So groß ist das aber gar nicht. Aber auch jetzt auf alle Fälle so Dings hier noch. Das Herzogtum von Spoleto war sehr... Okay, die werden das niemals annehmen. Dann würde ich sagen, Anspruch kaufen. Dankeschön. Zum Glück haben wir so viel Prestige, ich sag's euch. So, ihr dürft gehen. Wenn ich dir den Krieg erklären kann, müsst ihr dann nicht erstmal weggehen. So, Ansprüche von uns durchsetzen. Und da würde ich sagen, no risk, no fun. Es ist Zeit für Krieg. Wobei, no risk, no fun hat auch wirklich schon eine sehr weit hergeholte Sache. Habe ich eigentlich Probleme mit Aufständischen aktuell? Ähm, ja, müssen wir aufpassen. Trotz allem. So ein bisschen. Wir haben zwar einen hohen Bildungswert, aber das war's dann auch wieder, ne? Wir haben halt... Ja, wir haben viel Geld, wir haben einen hohen Bildungswert. Einzige, was wir jetzt kurz machen könnten, wäre... Gut, sie hasst uns wahrscheinlich, weil sie einen Platz im Rat will. Militärisch tun wir ihn mal austauschen gegenüber ihr. Das sollte sie schon mal zufrieden machen. Dann zur Hexerei bekehren, was? Was zur Hölle? Okay. So, ja, verlieren wir mal ein bisschen Prestige, komm. Ich kann nicht immer jedem helfen. Muss erst mal meine eigenen Ansprüche durchsetzen. Ich kann echt Leute zu Hexen machen. Interessant. Das müssen wir bei vier Stück machen. Haben wir einen neuen Lebensfokus. Da machen wir mal... Titelschaffungskosten minus 15 ist natürlich auch nice. Aber wir machen jetzt erst mal das hier unten. Gehen wir da den kompletten Baum runter. So, wenn ihr euch dann irgendwann mal... Was? Soziale Manipulation. Wie könnt ihr es wagen, den König herauszufordern? Gute Frage eigentlich. Ich würde das mal drüber geredet haben. Könnt ihr auch von euch hier zusammen die ganze Zeit und einfach mal angreifen? Finde ich ja mal echt schön. Unsere 11.000 Mann, die wir haben. Wir sind eigentlich relativ schwach, ne? Muss man auch wirklich immer nochmal dazu sagen. So stark sind wir eigentlich gar nicht. Kann ich irgendwo was bauen. Bei uns hat das... Also unsere Domänen sind alle ausgebaut soweit. So gut wie möglich. Aber das war es dann halt auch wieder am Ende des Tages. Zumindest sorgt es dafür, dass wir fraktionstechnisch ziemlich stark sind. Wobei die jetzt echt verdammt stark sind. Okay. Das ist ein Problem. Also wird es irgendwann ein Krieglein geben hier. Und die kriege ich niemals alle raus. Das ist das Problem. Können natürlich versuchen die zu beeinflussen. Oder schicken ja jetzt einfach mal random Geschenke. Ich habe aber kaum mehr Geld. Und ich habe einen sehr schlechten Diplomatie-Wert. Das ist halt auch problematisch. Was ist denn das hier für eine? Sie hat einen hohen Verwaltungswert. Ja, einen niedrigen Diplomatie-Wert zu haben ist halt immer schlecht. Das heißt wir werden hier früher oder später jetzt dann gleich mal Kriege erleben leider. Oder wir tun halt quasi unser diplomatisches Setting buffen. So, jetzt haben wir das auch auf alle Fälle mal. Kann ich die Beute wieder auflösen. Müssen wir jetzt quasi gucken. Ja, 197 plus 37 im Monat. So, 250, 207. Dankeschön. Ich habe zu viele Herzogtümer. Ja gut, das ist ein Problem, ne? Das einzige was man jetzt hier zum Beispiel machen könnte in der Situation wäre zum Beispiel die Titel vernichten. Wäre immer eine Möglichkeit. Habe ich hier oben Gebiete? Nö. Das heißt, die Titel könnte ich sogar abgeben, oder? Habe ich die aktuell oder habe ich die nicht? Ne, die habe ich gar nicht. Den habe ich auch nicht. Welche Titel habe ich denn aktuell noch? Anhalt, Tirol. Anhalt, habe ich da Gebiete, die ich aktuell besitze? Weil sonst sind die nämlich weg. Nö. Auf den ersten Blick mal nicht. Datei ist es vergeben an. Jemanden, der mich mag im Zweifel, bitteschön. Okay, dann haben wir jetzt noch Ancona und Spelotti. Das ist das hier. Da habe ich aber auch nichts. Ich habe echt den Titel von dem Ding. Geht auch weg. So, immer noch zu viele Titel. Ja, Spoleto ist das hier. Gebe ich auch ab. Den kleinen Jungen. Viel Spaß damit. So, damit haben wir das Problem schon mal gelöst zumindest. Ja, das wird die Fraktion natürlich nicht lange befriedigen. Aber es ist, okay, es ist ein bisschen besser geworden. Es ist ein bisschen besser geworden, dadurch, dass wir jetzt nicht mehr, okay, hervorragend, gut. Damit hat sich das schon mal wieder stabilisiert. Sehr wichtig, tatsächlich. Venedig ist ein Gönigreich, unerfreulicherweise. Wir möchten aber Ancona haben. Das liegt nämlich bei uns im Einflussbereich drin. Das ist eigentlich rechtmäßig meins. Ob es denen jetzt passt oder nicht, ist mir egal, um ehrlich zu sein. Was wir jetzt hier machen, ist, die Truppen halbieren. Dann einen dorthin. Die anderen gehen dort unten hin, wenn die da irgendwann mal ausgesammelt haben. Erwartet nicht, dass die Venedianer da irgendwas Großes entgegenschmeißen können. Und da müssen wir uns quasi noch um Byzanz kümmern. Das wird eine andere Geschichte. Na, Byzanz. Ja, wir könnten hier auch einen Anspruch kaufen. Ist aber relativ teuer. Aber das wäre tatsächlich möglich. Was? Ah, weil es ein Kaiserreich ist. Warte mal. Ich kann mir den Titel eines Kaiserreichs kaufen, aber nicht den von einem Königreich. Ich finde das relativ interessant tatsächlich, muss ich sagen. Was für weißer Friede. Ihr könnt froh sein, wenn ich euch nicht zerquetsche, wieso fliegen. Weißer Friede. Na, schattenweißen Frieden. Narren. So, seid gegrüßt. Ein Briefwechsel. Das machen wir noch gerne. Das bringt uns diplomatische Erfahrung. Venedig, die Hauptstadt, ist auch gleich gefallen. Und jetzt ist die Frage, was soll man denn mit ihm besprechen? Er ist ein knausriger Buchhalter. Das heißt, Steuersätze klingt wahrscheinlich nach etwas, was er wahrscheinlich gerne machen würde. Hoffe ich. Ähm, ich hab, ihr habt mich gründlich falsch eingeschätzt. Was? Joa, soviel zu dem Thema. Euro 400 Fehler, ich hab mich gerade blamiert. Ich war mir sicher, dass er als knausriger Buchhalter gerne über Steuersätze redet, aber... Nö, scheinbar nicht. Der kleine Wicht mag mich jetzt nicht mehr. Er hat wieder ein Ding gemacht, aber das ist jetzt... Das hat sich jetzt relativ entspannt. Mit Venedig haben wir auch gleich 100%. Hervorragend. Und wir haben lauter Druckmittel erhalten. Ihr könnt einen Graf jemand anderen übergeben. Bitteschön. Wir können auch eine Jagd veranstalten. Das machen wir natürlich auch gleich mal wieder. Und was wir jetzt noch machen, ist unsere Druckmittel auflösen. Jetzt ist natürlich die Frage, die ich mich gerade frage, ob wir nicht einfach hergehen sollten. Titel übernehmen geht noch nicht, ne? Doch geht. Ich bräuchte dafür nur 500 Gold. Echt jetzt? Also wenn das so ist, wie es ist, dann ist es interessant, muss ich gestehen. Habe ich echt schon genug Regionen in dem Königreich, dass ich den einfach fordere, hm? Ah ja, Tatsache, ihr könnt den Titel übernehmen. Ich meine, um das Kaiserreich zu gründen, muss ich eh ja auch wieder Krieg führen. So ist es nicht. Aber ich würde tatsächlich sagen, ich finde es deutlich interessanter, wenn wir einfach hergehen könnten und denen den Krieg erklären. Die sind ja nicht so stark. Wie meine Armeen sind ausgehoben, was? Oh. Wie viele Bündnispartner hatten der Kollege aktuell? Oh, einige. Die alle in den Krieg mit Reinrufe gegen Byzanz. Dann ist hier aber Lichtlein aus, wa? Dann ist aber hier der Schupp mal am Brennen, wa? Das ist doch mal was Schönes. Wir müssen ja quasi weitermachen. Wir haben ja eigentlich nicht viel Zeit. Herzutun von Savoyen, äh, meine Freunde. Das ist aber schön hier. Also da muss ich die, also das, wenn ich, also wenn ich das jetzt hier nicht nutzen würde, dass das Herzutun von Savoyen hier komplett unverteidigt ist und hier wirklich offen steht für mich. Also wirklich, das ist so, als ob man hier zu jemandem hergeht und sagt, Hallo, schlag mir ins Gesicht. Das muss man einfach machen. Das ist eine Einladung. Das ist, das ist eine Frechheit hier. Ah ja, schau mal, die werden hier eh auch gerade von allen angegriffen. Und wir haben einen neuen Vorzug verfügbar. Monatliches Prestige plus 5%. Ja, warum nicht, warum nicht? Das ist ja immer ganz gut. Prestige ist immer was Schönes. Er hat meine Verbündeten hier einkriegt nach dem anderen verlieren. Wie lang sammelt ihr euch denn noch, Boys? Noch drei Monate. Das haben wir schon erobert. Dann marschieren wir jetzt mal kurz zur Hauptstadt. Die holen wir uns natürlich auch noch gleich mit. Und dann haben wir nicht noch Großteile des Königreichs von Savoyen. Was, meine Gemahlin ist gestorben? Das ist schlecht. Gibt es denn jemanden mit einem hohen Diplomatie-Wert? Ach Gott, mein Urenkel. Also auch interessanterweise, mein Urenkel ist das Fähigste, was es gibt in Diplomatie. Aber sie ist auch nicht schlecht. Sie hat auch noch einen relativ hohen Wert, was das andere angeht. Deswegen heiraten wir sie jetzt mal. Perfekt. Immer noch einen schlechten Diplomatie-Wert leider. Natürlich haben wir alle Schlachten gewonnen. Was auch sonst. Belagern, belagern. Die werden das zurückerobern wollen, aber wir machen jetzt hier folgendes. Wir machen die kurz kaputt und dann müsste der Krieg eh gleich vorbei sein, oder? Oder ist das Savoyen? Ah. Okay, die sind dann doch noch etwas wehrhaft, leider. Die verteidigen sich dann in den Bergen, haben hohe Verteidigung, bessere Güte, mehr Truppen und das wird halt am Ende des Tages dann auch reichen, um die Schlacht dann zu gewinnen. Wie ich es mir schon dachte. Und meine neue Lebenspartnerin gewinnt 30 Meinungen von mir. Das ist aber sehr nett. Mein geliebtes Weiblein. Inzwischen sind da mal 13-2. Die Belagerung von Kuneo und Austar wird auch bald abgeschlossen sein. Die wollen das hier natürlich zurückerobern. Das werden wir natürlich unterbinden. Ja, 100%. Weil wir ein wertvolles Geiselchen genommen haben. Hervorragend. Dankeschön für das Herzstum von Savoyen. Ihr seid die Besten. Dankeschön, dass ihr mir hier quasi den Platz warm gehalten habt. Wir müssen jetzt da wirklich gucken, dass wir dann auch wirklich hier erstmal jetzt ein Kaiserreich gründen, dass wir dann Königreich Titel abgeben können. Wir erhalten jetzt wieder zu viele Herzogtümer. Ja, ja, ja. Das vergeben wir wieder an einen unserer Kinderleihen. Mein Sohn und Vasall, bitteschön. Viel Spaß mit dem Titel. Und jetzt ist das Ding, was ich jetzt machen werde, ist, wir werden jetzt gegen Byzanz den Krieg führen. Und das ist eine total coole Sache eigentlich. 13.000 Mann. Ja, das, was wir jetzt natürlich machen, ist, unser Hausmitglied rufen. Nr. 1. Verbündete rufen. Nr. 2. 3. 4. So. Danke, danke, danke. Vielen Dank für alle eure Unterstützung. Gibt es noch Leute, die ich verheiraten könnte aktuell eigentlich? Haben wir eine neue Gattin. Die können wir auf alle Fälle dann ein paar Mal schwängern. So, sie ist verheiratet, 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 okay. Ja, unfortunately. Sind alle irgendwie verbundelt, verbandelt, verwandelt. Sie auf alle Fälle gleich mal schwängern. Aber jetzt nur 55% der Erfolgswahrscheinlichkeit hat. Weil wir ein diplomatisch komplett inkompetenter Krüppel sind, wenn ich das mal so sagen darf. Also es ist die Frage, wohin mit den Truppen? Wir sagen, wir heben die hier aus. Meine ganzen KI-Verbündeten werden mich ja eh unterstützen nachher. Und dann ist die Frage, wer hat die mehr Truppen hier? Wer hat mehr Truppen auf dem Feld? Er hat 96, wir haben 18. Jawohl. Einer fehlt sogar noch, glaube ich. Ein Verbündeter. Na, okay, hat sich nichts geändert. Trotz allem sind wir stärker. Ist natürlich nur die Frage, wo muss ich hin marschieren, um den Krieg zu gewinnen? Das weiß ich gerade nicht. Aber wir werden jetzt natürlich erstmal hier schön überall hin marschieren. Und ich weiß, dass ich Kriege erklären kann. Ich habe nämlich auch gerade einen erklärt. Einzige, was wir nochmal kurz machen könnten, ist, eventuell versuchen, ihn... Könnt ihr ihm sogar die Treue schwören, was? Was machen wir denn mit ihm? Er morden wäre möglich. Das würde ja das Reich bestimmt auch nochmal schwächen, oder? Wenn wir ihn ermorden... Ne, warte, das würde meine Ansprüche, glaube ich, auch wieder auflösen, oder? Weil, ne, das ist ja mein Anspruch. Ich habe meinen Anspruch darauf. Bin ich in der Erbfolge irgendwo drinne in Byzanz? Ne, ne? Wäre zu einfach. Das wäre zu einfach, glaube ich. Oh, da ist die byzantische Armee. Oh, da kommt die komplette Armee. Ist nicht schlecht. Die haben Überquerungsmalus. Gucken wir mal, wie wir einen fähigeren Befehlshaber haben. Ne, leider nicht. Okay, das wird jetzt spannend. Kommt die rechtzeitig? Ja, okay. Unsere Verbündeten kommen auch noch mit rein. Die haben... Oh, 41. Wir haben plus 41. Oh, was ein glorreicher Sieg, meine Damen und Herren. Wir haben die byzantinische Armee hier wirklich vernichtet gerade. Sehr gut, hervorragend. Ein glorreicher Sieg, den unsere Mannen hier davon getragen haben. Sehr gut. Hätte ich jetzt so tatsächlich gar nicht erwartet. Wir haben unsere Frau beschlafen. So, da waren es nur noch 11.000. Wir haben auch... Wir haben auch hohe Verluste gemacht. Also, jetzt hier zu behaupten, das wäre für uns eine einfache Sache gewesen, ist eine ganz große Lüge. Haustruppen. Wenn wir das haben, dann sind wir endgültig unstoppable. Hoffe ich. Aber die kommen für Runde 2, so wie es ausschaut. Die kommen für Runde 2. Unsere ziehen sich schon mal zurück. So, das haben wir jetzt auf alle Fälle mal fertig erobert. Wir ziehen uns mal kurz in unsere Gebiete zurück. Wir hoffen, dass die sich kurz regenerieren. Wobei, hier müssen sie sich jetzt auch regenerieren eigentlich. Jawohl, 10.000. Wir wollen das zurückerobern. Das ist Flatlands. Das ist quasi eine ausgeglichene Schlacht. Okay, wir suchen jetzt hier die Schlacht. Wir sind Truppentechnisch stärker. Und die ziehen sich zurück. Schauen wir mal. Jawohl, die sind ja nicht mal alle drin. Ich bin fettleibig. Das ist aber schlecht. Gewichtsverlust. Und wir haben gewonnen. Hervorragend. Der nächste wichtige Sieg. Plus 47% schon. Auch wenn es meine Befehlshaber alle weg sind. So, dann marschieren wir mal weiter. Dieses Mal Richtung Gaeta. Und wir haben einen neuen Diplomatie-Fokus verfügbar. Ihr wisst, was ich machen will. Ich will hier unten noch hin. Wenn wir das zeitlich schaffen, wäre das natürlich eine sneaker Sache. Und was machen die Byzantiner? Die segeln gerade irgendwo hin. Aha. Äh. Ja, durch Schlachten am Ende des Tages werden wir durch Schlachten halt auch den Krieg gewinnen. Ob sie es jetzt wollen oder nicht. Äh, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass die uns hier nicht abfangen. Jetzt gibt es hier eine Schlacht. Das wird jetzt interessant. Oder hier gibt es die Schlacht. Oh, es gibt sogar gleich zwei Schlachten. Hey, hey, hey. Hier Schlacht, da Schlacht. Die Schlacht gewinnen wir. Die Schlacht verlieren wir, meine Verbündeten. Oh, gigantisch. Okay, das ist eine Schlacht auf Leben und Tod. Und wir haben sie wirklich gewonnen. Das war eine unglaubliche Schlacht. Wir haben 3300 Mann verloren. Wir haben 3500 Mann verloren. Und dann 2222. Also wirklich gigantische Schlachten hier. Halleluja. Ich will die ganzen Gefangenen jetzt für Lösegeld wieder freilassen. Während wir uns jetzt erstmal kurz wieder in unser Territorium zurückziehen müssen. Regenerieren ist angesagt. So, da kommen weitere Verbündete mit dazu. Die suchen echt direkt die nächste Schlacht. Krass. Okay, das ist jetzt natürlich etwas blöd hier. Ah, okay. Jetzt kriegen sie mich. Verdammt. Okay, unsere Verbündeten kommen mit rein. Aber wir werden die Schlacht hier trotzdem verlieren. Aber es ist echt mal eine Schlacht verloren hier an der Stelle. Und Diplomatie-Wert. Gut, da hätte ich jetzt so nicht gedacht, dass es mal in die Situation komme. Okay, also für sieben tue ich ihn bestimmt nicht erpressen. Den auch nicht. Ja, das läuft jetzt interessant. Was wir jetzt hier machen werden, ist mal kurz Sölden anheuern. Na, Geld genug habe ich. Ja, das ist nicht das Problem. Freilanzen, anwerben. Dann tun wir die noch mit anwerben. 4.700 weitere Mannen. Unsere Truppen nochmal hier alle ausheben, die ich hier mit dazu schmeißen kann. So, ihr zieht euch weiter zurück. Genau. Aber wir kommen hier gleich mit einer verbündeten Armee mit dazu. Dafür habe ich ja so viel Geld. Was wir jetzt hier machen, ist uns kurz eventuell irgendwo hin zurückzuziehen. Hätte ich jetzt nicht gedacht tatsächlich, dass das echt so eine krasse Sache wird hier. Ich meine, wir halten weiterhin plus 50%. Oder 50 Prestige. Wir verlieren Geld. Oh Gott, jetzt habe ich Schulden. Schulden ist nicht nice. Erstmal anpumpen den Papst. Gib mal Geld. Dankeschön. Für so viel Geld kann ich mir gleich noch eine Söldnerarmee leisten übrigens. Was wir jetzt noch kurz machen, ist den löschen. Den löschen. Oder heben wir nochmal Söldner aus. Komm, wir hauen jetzt richtig raus hier. Nicht verlängern. Anwerben. So, jetzt habe ich drei Söldnerarmeen. Das Machen ist hier von drei Seiten angreifen. Die kommen jetzt natürlich auch wieder mit allen Truppen. Okay, die ziehen sich hier komplett zurück sogar. Und jetzt gibt es hier die Schlachter. Jetzt soll man natürlich wieder deutlich überlegen. Aber ist hier dann doch einen deutlichen Sieg gefeiert. 700 Verluste gegenüber 6.000 Verlusten. Was? Was ist denn da passiert? Die sind ja komplett rasiert worden. Halleluja. Wir haben natürlich auch schon... Also wir haben auch schon... Also muss nicht diskutieren. Wir haben auch echt hohe Verluste gemacht teilweise. Aber krass. Ich kann noch Bündnisse machen mit meinen Söhnen übrigens. Ist übrigens immer ganz gut. Dann erklären die einem schon mal nicht den Krieg. So, kurz merchen, halbieren. Und wir stehen mal dorthin mit unserer gesamten Armee. Wir haben weiteres Bündnis. Und wir haben eine Tochter. Die Tochter können wir natürlich rein theoretisch verheiraten. Und zwar mit... Naja, matrilineare heiraten anzunehmen ist mal so eine Sache, ne? Womit die leider immer alle ein Problem haben. Leider, leider, leider. Liebes Bläschen, I don't like it. Gibt aktuell echt keine Bündnispartner, die wirklich interessant wären tatsächlich für sie. Deswegen machen wir das jetzt mal nicht für das Erste. Ja, die Byzantinische Armee, die hat so hohe Verluste erlitten. Wir haben jetzt 17, 5 gegen 5, 2. Wir haben auch nochmal einige Verbündete reingerufen. Die haben vier angeblich, wo auch immer die sind. Man sieht sie nicht, aber angeblich gibt es sie. Anju ist auch eingetroffen in der Zwischenzeit. Das ist aber nett. Und wir haben Haustruppen entdeckt. Hervorragend. Dann machen wir weiter mit... Chronikführung, Münzprägung. Ne, königliches Vorrecht. Äh, gibt es überhaupt nichts Interessantes. Bewegungstempo. Na ja, machen wir Militärgebäude. 79 Prozent. Kurz, diese eine byzantinische Armee nochmal zerprügeln. Das wird mir auch nochmal einen gewissen Kriegsstand bringen. Ja, ja, könnt ihr euch abhauen, wird euch nichts bringen. Das sollte ein vernichtender Sieg werden. Und wir haben tatsächlich Basileus Tryphon gefangen genommen. Zum Ende der Folge, hervorragend. Vernichtender Sieg auch hier wieder. Und wir haben 100 Prozent Warscore. Wir setzen unsere Forderungen durch, meine Damen und Herren. Und wir sind offiziell Kaiser des byzantinischen Reichs. Das byzantinische Kaiserreich. Also bis jetzt bin ich von Bildung echt relativ überrascht, wie stark das doch auch ist, ne? Mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Wir sind jetzt natürlich gehasst wie die Pest. Das wird uns sicherlich zu Problemen führen. Das Einzige, was wir jetzt kurz machen, ist unser Vibe. Die soll uns bei der höfischen Politik unterstützen. Das ist mal das Einzige, oder? Warte mal, wie viele Domälen kann ich da noch halten? Ne, das passt, hervorragend. Und mit 16 Diplo, das ist schon mal etwas besser. Dass ich mir auf alle Fälle nachher die ganzen Feinde vom Hals schaffen kann. Und jetzt gibt es natürlich Fraktionen ohne Ende. Das war zu erwarten. Nächste Folge geht es weiter. Ich bedanke euch allen fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.